Die Schindeldächer des Montafon haben Jahrhunderte überdauert und sind heute wieder eine moderne und nachhaltige Alternative zu anderen Dachdeckungen. Das wollen wir jetzt noch festhalten. Früher brauchte man keine Dachdecker. Jeder Landwirt hat das selbst gekonnt. Jeder hat seine Gebäude selbst gedeckt. Und nur auf der Alpen. Und heute merkt man, man braucht überall Firmen. Vielen Dank.